so mittagessen 13 uhr 15 minuten meine mittagspause die genau 20 bis 25 minuten und die wird ausgenutzt zum leckeres mittagessen meine zwischenmahlzeit ist schon durch die habe ich um 10 30 gehabt das war die bönchen mit gekochten hänchenbrustfilet das jetzt vollkornreis 100 gramm 120 gramm ein bisschen gedünschtes gemüse blumenkohl brokkoli ein bisschen karotten drin schönen salat mit schönem kaltgepressen olivenöl und mit ein wenig essig das war's mahlzeit